Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern. Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Hinter der Videoplattform YouTube steckt ein Milliardengeschäft und zwar sowohl für den Internetriesen selbst, der im vergangenen Quartal rund 8 Milliarden Dollar Werbeeinnahmen verbucht hat, als auch für diejenigen, die Videos gezielt für ihre Zwecke einsetzen. Welche Chancen in der Nutzung von YouTube stecken, darüber spreche ich heute mit Emilio Donaubauer. Er ist YouTube- und Branding-Experte. Herr Donaubauer, auf welche Weise können Unternehmer YouTube für sich nutzen? Ja, also YouTube kann man sich vorstellen wie die bessere Homepage. Ich sage auch immer, YouTube ist der beste Vertriebler, den man überhaupt haben kann. Warum ist das so? Ganz einfach und zwar, wenn du ein YouTube-Video hast über irgendein Thema, egal aus welcher Branche du kommst, als Unternehmer, Dienstleister, Coach, je nachdem, was du genau machst und du lädst ein YouTube-Video hoch und gibst da Value. Dieses Video arbeitet permanent für dich. Also du lädst es einmal hoch und in zwei Jahren kann dieses Video immer noch Kunden für dich generieren, weil die Leute das gucken, Vertrauen aufbauen, überzeugt sind von deiner Expertise und melden sich dann dementsprechend bei dir. Wer ist das denn? Welche Selbstständigen und Unternehmer können YouTube für sich nutzen? Also prinzipiell kann eigentlich jedes Unternehmen YouTube für sich nutzen. Also selbst irgendein Fensterbauer könnte darüber was erzählen und YouTube-Videos machen. Besonders gut funktioniert das für alle Dienstleister, Coaches oder Experten, wo man einen Expertenstatus nach außen hin wahrnehmen muss, damit die Kunden einem vertrauen und am besten Fall Kunden werden. Womit kann ich denn rechnen, was ich da erreiche? Also wenn jemand mein Video sieht, ist das ja schon mal ganz schön, bringt mir aber geschäftlich noch nicht so viel. Ist es reines Branding, ist es sogar Lead-Generierung oder was kann ich schaffen mit Videos? Also es ist definitiv Branding, also die Brand-Bekanntheit geht sehr hoch, aber das Ziel sollte trotzdem immer sein, Leads zu generieren. Da gibt es Kennzahlen von bis, also es gibt Kanäle, die haben 2000 Abonnenten, also Kunden von mir. Die machen 100k organisch im Monat, nur durch YouTube, durch die Anfragen, die generiert werden. Also es ist immer so, es kommt ein bisschen auf die Branche an, die man vertritt, wie groß die Suchanfrage bei YouTube ist, beziehungsweise auch bei Google. Also wenn man normal in Google was eingibt, werden auch sehr oft YouTube-Videos vorgeschlagen. Das ist bei jedem unterschiedlich, aber es kommt nicht darauf an, 100.000 von Aufrufen zu machen, sondern eher qualitative Aufrufe zu machen, die Zielgruppe zu treffen, die zu überzeugen und Anfragen zu generieren. Also Videos, die 200, 300 Aufrufe haben, können schon 50.000, 60.000 Euro Umsatz generieren. Oha, das sind ja ordentliche Zahlen. Also das heißt, es kommt da nicht rein auf die Masse an, man kann ja auch 100.000 Klicks haben, aber es hat sich keiner bei einem gemeldet, also das zum Thema Lead-Generierung. Aber es kann auch, wenn es richtig gut gemacht ist, dafür sorgen, dass ich da das überhaupt als Vertriebskanal nutze. Genau, es ist ein sehr großer Vertriebskanal, weil YouTube ist die zweitgrößte Suchplattform der Welt nach Google, und es ist ein Haus, und somit ist es eigentlich die größte Suchplattform, die es gibt. Und wenn ich zum Beispiel über LinkedIn, was wissen wir als Beispiel, ein Kunde von mir ist LinkedIn-Experte, eine Agentur und macht für die Leute die LinkedIn-Profile, und die suchen irgendwas, LinkedIn-Profile erstellen, dann finden sie sein YouTube-Video, gucken sich das an, erkennen seine Expertise wahr, merken, ey, ich soll es lieber richtig machen lassen, als dass ich es selber mache, und werden dann Kunden. Also deswegen meinte ich, qualitative Zielgruppe treffen, also Kunden, die 2.000 Abonnenten haben, verdienen um einiges mehr als Influencer, die 100.000 Abonnenten haben, einfach nur, weil es richtig kommentarisiert wird. Ah ja. Sie sprechen aber auch von sechs- bis siebenstelligen Monatsumsätzen, die möglich sind darüber. Ab welcher Größe lohnt sich das denn, auf YouTube zu gehen? Also nur für große Unternehmen oder ab welcher Größe? Ja, ich sage immer, YouTube macht sofort Sinn, ist ein absoluter No-Brainer, wenn man ein Unternehmen hat, was 30.000, 40.000, 50.000 Euro im Minimum Umsatz im Monat macht. Wenn man die nicht erreicht hat, sollte man andere Dinge machen, um da hinzukommen. Aber wenn ich schon vielleicht ein oder zwei Mitarbeiter habe, also wie gesagt, 40.000, 50.000 Euro im Monat zum Umsatz, dann ist YouTube ein dicker Hebel, dann hat man auch genug eigene Traffic. Aber gerade wenn ich Profile habe wie LinkedIn oder Instagram und habe da schon eine Reichweite, und da sind so, meine potenziellen Leads folgen mir, aber es entsteht noch nicht wirklich was raus, dann ist YouTube ein ganz dicker Hebel. Ich habe da auch eine Story von einem Kunden, der hat ein LinkedIn-Profil, die Leute sind ihm gefolgt, großer Shop-Owner, und der hat das erste YouTube-Video hochgeladen und dadurch, weil es auf LinkedIn gepostet hat, ist diese Person auf das YouTube-Video, hat das geguckt, hat eine Anfrage generiert und es sind 34.000 Euro closebar rumgekommen, weil YouTube die letzte Impression über dir gebraucht hat. Ah ja, okay. Also das haben ja auch viele, dass sie sagen, Mensch, ich bin jetzt auf LinkedIn seit einem Jahr so aktiv, aber es passiert darüber nichts. Ich kriege mal Likes und sowas in der Art oder andere Social-Media-Kanäle, die können auch nett sein, aber dass das nicht viel bringt, also das lässt sich auch sinnvoll mit YouTube kombinieren. Enorm, enorm. Also fast alle Kunden von mir, wenn sie mit YouTube starten, generieren sofort Umsatz mit der Reichweite, die sie schon bestehen haben auf anderen Kanälen. Wenn das nicht zu sehr ins technische Detail geht, aber soweit ich weiß, die ganzen Social-Media-Plattformen, die wollen ja die Leute natürlich behalten. Die wollen ja nicht, dass jemand weggeht. Funktioniert das trotzdem? Also kurz die Erklärung, wenn ich jetzt einen externen Link poste, dann ist das nicht so beliebt, wie wenn ich eigenen Inhalt hochlade in Social Media. Ja, stimmt. Also auf Instagram, wenn man den Link-Sticker teilt, senkt das minimal die Reichweite ein. Aber das ist nicht so schlimm. Den, ich sage mal, Kosten-Nutzen-Verhältnis, was man da hat, ist gigantisch. Also wenn man die Leute wirklich von anderen Kanälen auf YouTube bekommt und es schafft, dass sie in fünf bis zehn Minuten Video wirklich ganz gucken, wo es um deinen Expertenstatus geht, Knowledge, was du preisgibst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Lead werden, sehr, sehr groß. Oh ja. Was sind denn die wichtigsten Punkte, wenn wir jetzt mal Richtung Erfolgsgeheimnisse gehen? Was sind die wichtigsten Punkte, die man auf YouTube beachten sollte, um da erfolgreich werden zu können? Ja, super wichtig. Ich sage mal, es sind drei große Säulen. Einmal Tags und Beschreibung, um das SEO hochzuboosten. Der richtige Titel. Da gibt es auch immer verschiedene Phasen. Ab wann sollte man die Titels anders gestalten? Am Anfang sollte man sehr darauf achten, dass die SEO gefunden werden. Also man sollte die Titel so schreiben, wie würde es der Zuschauer in der Suche eingeben. Später, wenn man größer ist und eine Abonnentenanzahl hat und die Leute die Videos eben Newsfeed bekommen, sollte man die Titel eher catchy, clickbaity schreiben, damit wirklich relativ schnell die ganzen Abonnenten das Video gucken. Und die Thumbnails sind sehr, sehr wichtig. Das Thumbnail ist so 90 Prozent der Grund, warum es geklickt wird. Tatsächlich, das Vorschaubild ist so entscheidend. Nicht einfach automatisch entscheiden lassen. Nein, nein, das Thumbnail ist ein Abstand, das Thumbnail ist der Grund, warum geklickt wird. Und der Titel, die Tags und die Beschreibung ist der Grund, warum es gefunden wird, organisch. Ah ja. Okay, ja, bei den Titeln, also clickbait, mal ganz kurz zu erklären, wer das noch nicht kennt, sich damit noch nicht befasst hat, das sind die Sachen, du glaubst nicht, was mir passiert ist. Ja, genau, richtig. Und dann will man wissen, wie es weitergeht. Genau, genau, genau. Okay, aber am Anfang muss es eher sachlich sein, eher die Keywords enthalten, die tatsächlich gesucht werden. Genau, SEO und die wichtigen Keywords möglichst immer am Anfang einbauen. Da sind wir jetzt aber schon richtig beim Eingemachten, dann versuche ich es mal weiter. Verraten Sie auch, wie ein Video idealerweise aufgebaut sein sollte? Weil das Video sollte so aufgebaut sein, dass die Watchtime mit Abstand am höchsten ist, weil die Watchtime ist das A und O gerade am Anfang, weil YouTube will natürlich, wie es eben angesprochen wurde, dass man so lange auf der Plattform bleibt wie möglich. Ist somit die Watchtime höher, umso mehr wird man belohnt auch gar nicht. Und das Video sollte aufgebaut sein, am Anfang nur hoch. Das ist wie so eine Art Ad, sage ich mal, für das Video, wo man sagt, ey, in diesem Video erkläre ich euch dies, jenes, welches. Wenn ihr das und das Problem habt, dann bleibt unbedingt dran und schaut das Video bis zum Ende. Dann kommt ein Intro, eine kleine Animation, 5 bis 10 Sekunden und dann beginnt erst das normale Video. Also diese Hook, diese Ad für das Video am Anfang ist mit dem größten Hebel, den man machen kann. Das machen kaum welche. Okay, also das sind ja wirklich ganz konkrete Tipps damit schon mal. Was für einen Zeitraum muss man einplanen vielleicht noch zum Schluss eben? Also wenn jemand sagt, gut, ich starte jetzt auf YouTube was zu machen. Ab wann kann er Ergebnisse überhaupt erwarten? Ja, also Ergebnisse erwarten ist auch sehr unterschiedlich, je nach Markt und wie viel Reichweite man auf den anderen Plattformen hat. Also die meisten Kunden starten mit YouTube und machen nach den ersten zwei bis drei Videos direkt Kunden, weil sie die Reichweite auf ihren anderen Socials nutzen. Und sonst ist es wirklich, man kann es nicht über einen Kamm stellen. Bei Recruiting, Mitarbeitergewinnung, habe ich einen Kunden, der hat erst nach ein paar Monaten seine ersten richtigen guten Leads generiert. Und andere Kunden fangen an und dann ist es schon nach ein, zwei Wochen da, dass das Postfach voll ist. Das ist sehr spezifisch, was man da erwarten kann. Und wann man mit YouTube, wie viel Zeit man für YouTube braucht, ist auch ein wichtiger Punkt. Also die Frage, was das Setup ist, was man hat. Wenn ich ein Unternehmen bin mit Mitarbeitern, es gibt einen Kameramann und einen Cutter, dann muss ich nur filmen. Wenn ich geübt bin vor der Kamera, setze ich mich hin, nehme 20 Minuten auf, daraus ist ein 10 Minuten Video generiert, wenn ich mich nicht groß vorbereiten muss, weil ich das Knowledge natürlich im Kopf habe. Dann ist das die gesamte Zeit, die genutzt wird. Und wenn man mit uns arbeitet, übernehmen wir den ganzen anderen Part. Also die Kunden machen nur die Content Creation, wir alles andere. Aber wenn man natürlich alles selber macht, kommt das drauf. Also wenn du filmst und der, der bist, wer schneidet, ist halt direkt dreifache Arbeit. Wenn du dann noch ein Thumbnail machst, ist es noch mehr Arbeit. Wenn du dich dann noch mit den Keywords auseinandersetzen musst, um zu recherchieren, wie lade ich am besten hoch, ist es noch mehr Arbeit. Also das kommt immer darauf an. Das ist auch der Grund, warum ich sage, das sollten keine Unternehmer machen, die erst bei 10.000 Euro Monatsumsatz sind oder sowas, weil es zu viel Zeit fressen wird. Ja, da ist schon jemand da mit einem Video einen vollen Tag nachher beschäftigt, oder? Richtig, richtig. Und wenn man dann aber einen Mitarbeiter hat, der das macht und das wird geschnitten und eine Agentur hat, die einem hilft, wie wir das machen, dann ist es zeitlich, geht das rucki zucki, also 20 Minuten schnell filmen, das Setup steht bei den meisten Kunden und dann war es das überhaupt kein Problem. Man wird ja von Mal zu Mal auch immer deutlich besser. Okay, ja, vielen Dank, Emilio Donaubauer. Das war der Wirtschafts-TV-Talk für heute. Ja, vielen Dank. Aber wie neben mir? видим, wir sagen, zwei, bis jetzt wohnt.